Oh nice Munition ist da. Zuschauerwunsch, Gold Cup, haben wir am Start und viel zu laut die Maschine hier. Guck mal, ist nur auf Hälften und dreht voll durch. Also Zuschauerwünsche immer in die Kommentare. Gold Cup wurde sich gewünscht. In dem Sinne Munition ist da. Gucken wir mal schauen, wie es läuft. Was sagst du mein Lieber? Ja. Was meinst du mein Lieber? Nee, nee, nicht streamen. Bisschen YouTube hier, Video. Also eher Instagram momentan. Ich war länger inaktiv. 4 Euro Apache, Maximaleinsatz. Echt? Grüß dich. Freu mich. Hier, der Bruder am Start. Keine Sorge, ich zeig mein Gesicht. Ja, ich freue mich immer, wenn ich einen von euch treffe. Ja, cool. Schön, freut mich. Ich freue mich auch immer, mega. Ja, korrekt. Ja, aktuell mache ich ja Instagram nur noch aktiv. Genau, muss man reinschauen. Ja, früher viel YouTube, aber aktuell Instagram. YouTube-Comeback ist auch geplant. Äh, nö. So für mich, ne? So, jetzt nehmen wir mal 2,20 mit. Wenn er den gibt, wahrscheinlich kackt er direkt ab. Und nehmen wir jetzt mal mit. Bisschen Munition. Und wir haben wieder Munition drauf. Wunderschön. Ja, und wie gesagt, der Bruder hier am Start kennt mich schon länger. Ich freue mich immer sehr, wenn, äh, wenn, äh, wenn ich jemanden von euch treffe, hier in der Halle, oder in einer Spielbahn, sprecht mich ruhig an. Und, äh, ja, meine Stimme ist ja nicht so schwer wiederzuerkennen. In dem Sinne, äh, ja, Gold Cup Live Play heute. Zuschauer wünsche immer in die Kommentare. Munition ist da. Und, äh, wir ballern noch zwei Novo Lines. Und, äh, den da im Raucherraum klatschen wir auch noch. So, das ist doch super. Das Spiel, äh, wollte ich nämlich lange schon mal wieder knacken hier.